Angst Hast du Angst? Natürlich hast du Angst. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Aber manche Ängste haben keine natürliche Ursache. Hast du ich nicht auch schon mal gefragt, warum wir Menschen Angst vor Geistern haben? Oder woher kommt die Angst vor Spiegeln? Oder vor der Dunkelheit? War es nicht vor ein paar tausend Jahren normal, dass der Mensch in der Nacht völlig im Dunkeln hauste? Gibt es da vielleicht eine Art Gemeinsamkeit? Wie gibt es tatsächlich? Spiegel sind nur unheimlich, wenn es dunkel ist. Und Geister sollen auch nur nachts aktiv sein. Hast du schon mal bei Dämmerlicht in einen Spiegel gestarrt, ohne zu blinzeln? Wahrscheinlich nicht. Man halluziniert, oder besser gesagt, man sieht Dinge. Und ab und zu, nur ganz selten, sieht man sie. Schwarze Gestalten, hinter oder dicht neben einem Selbst. Formlose schwarze Wesen mit noch schwärzeren Augen und einem monströsen Maul. Jeder von uns hat einen dieser Begleiter. Sie wollen uns beeinflussen. Uns in den Wahn treiben. Da sie sich von dem Wahnsinn der Menschen ernähren. Aber die meisten von uns bemerken ihren Einfluss gar nicht. Oder nur geringfügig. Aber anders verhält es sich, wenn man sie sieht oder sie anderweitig bemerkt. Dann wollen sie dich davon abhalten, das Geheimnis ihrer Existenz an die Öffentlichkeit zu tragen und verstärken die Dosis ihres Einflusses auf dich. Die Menschen, die ihren Einflüssen zum Opfer gefallen sind, wurden Soziopathen oder Psychopathen. Sie sind der Hauptgrund für psychische Erkrankungen wie paranoide Schizophrenie und Borderline. Man wird zu einer verzerrten Karikatur seiner selbst. Und das nur, weil sie zu lange und zu oft in den Spiegel gestarrt haben. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen wahnsinnig sind wir doch alle, oder? Wir haben aufgehört, nach den Monstern unter dem Bett zu suchen, als wir merkten, dass sie in uns sind. Wir haben aufgehört, nach dem Bett zu suchen, als wir merkten, dass sie in uns sind. Ich habe aufgehört, nach dem Bett zu suchen, als wir merkten, dass sie in uns sind.